Was ist der Unterschied zwischen den griechischen Göttern und den römischen Göttern? Den Unterschied zwischen den griechischen Göttern und den römischen Göttern und den Umgang mit den Götterstatuen und mit den Darstellungen der Göttern kann man in der Ausstellung ganz gut an einem Beispiel veranschaulichen, an der Statue der sogenannten Athena Lemnia. Da gibt es in der Ausstellung ein römisches Werk aus dem zweiten Viertel des ersten Jahrhunderts nach Christus und von diesem griechischen Vorbild wissen wir aus den Schriftquellen, dass es aus Bronze gewesen ist, dass es der Bildhauer Phidias geschaffen hat und dass es auf der Akropolis stand, weil Bewohner der Insel Lemnus, deswegen auch der Name Lemnia, der Stadtgöttin Athen dieses Standbild geweiht haben. Das Selbst ist aber nicht mehr erhalten, wie so häufig bei den griechischen Statuen, weil diese aus Bronze waren und dann in der Spätantike und im Mittelalter aufgrund des Materialwertes ja eingeschmolzen sind. Aber wir haben eben diese römischen Nachbildungen, Kopien, Varianten der griechischen Götterbilder, von denen wir uns heute eben noch ein Bild machen können, wie die ursprünglich mal ausgesehen haben. Wer allerdings das römische Werk geschaffen hat, wer da der Künstler gewesen ist, wo die Athena Lemnia, so wie wir sie heute in der Ausstellung sehen, gestanden hat, das kann man letztlich nicht sagen. Also da fehlt uns der Aufstellungskontext. Die meisten unserer römischen Skulpturen sind 1728 von August dem Starken angekauft worden und sind wahrscheinlich eben auch in Rom gefunden worden. Aber ob die damals in einem Privathaus gestanden haben, in einem großen Villa, in einem Park oder in einer öffentlichen Bibliothek, das lässt sich eben nicht mehr rekonstruieren. Und deswegen können wir auch nicht mehr sagen, inwieweit dieses Werk eher eine religiöse Funktion noch hatte und jemand da wirklich die Göttin des Handwerks, der Weisheit, aber auch des Krieges gesehen hat. Oder vielmehr das Kunstwerk von Fedias.